Der Spatel. Nicht Spaten oder Spachtel, sondern Spatel. Ist eine im Labor verwendete, kleine, flache Schaufel zum Mischen, Umrühren, Entnehmen von Substanzen, Abkratzen oder Zerkleinern. You name it. Der im Labor verwendete Spatel ist zumeist aus Edelstahl und beständig gegenüber den meisten Substanzen. Es gibt ihn in vielen verschiedenen Formen und Längen. Es gibt ihn in gebogen, mit abgerundeten Kanten oder extrem schmal oder breit oder wie hier in einer ganz besonderen Form als Polylöffel. Der Polylöffel hat eine von der Löffelachse abgedrehte Löffelschale. Er ist besonders geeignet, um auch die letzte Ecke im Gefäß zu erreichen. Neben dem Spatel, Spatellöffel oder Polylöffel verwenden wir im Labor noch andere Geräte aus Edelstahl, wie hier zum Beispiel die Pinzette. Hier sehen wir sie in der geraden, stumpfen Version. Auch diese gibt es in verschiedenen Längen. Sie hilft uns, Dinge aufzunehmen, wo die Finger nicht hingehören oder gar nicht erst hinkommen. Die gebogene, spitze Version der Pinzette ist für ganz feine Arbeiten da. Beide Pinzetten haben geriffelte Innenseiten und ermöglichen so einen festen Halt für alles das, was festgehalten werden muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.